Hallo und herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So, ich habe schon mal ein paar Stöckchen hier gemacht für unsere Mission. Mit Fallmission quasi. Wir müssen hier 25 Stöckchen einlagern. So, bada boom. Fertig. So, Bauholzerinnerungstapel. Wie schön. So, dafür gibt es Baumstamm und Krone. Keine Ahnung. Und weitere Missionen. So, wunderbar. Landwirtschaft, Nahrungsmittelanbau und Besiedlung. So, jetzt wird es nämlich hier kritisch, Freunde. Kritisch. So, Besiedlung. Heißt, wir brauchen eine Vorhandkation und eine Siedlersamenspender und einen Siedlerbootkasten. Ja, ganz genau. Es klingt merkwürdig. Ist es auch. Ich überlege gerade, wo baue ich so ein geschicktes Nimm. Ich glaube, ich lasse es doch recht nah erstmal hier hin. Dann bis dahin und du kommst. Hier ist eigentlich egal. So, okay. So, wir brauchen Bretter, Fehler, vier Zahnräder. Zahnräder war... Halt, stopp. Das ist doch korrekt, was ich hier tue. Doch, Bretter, jawohl. Okay. Welcher Bot ist da nicht geladen? Warum komm ich da gar nicht ran? Hallo? Ganz kurz, wir den Charge-Bot einmal kurz... Äh... Lade-Bot. Ach, den Laden war irgendwie... Achso, Playdrücken wäre clever gewesen. Brudel-Bot. Ne, halt, stopp. Nicht so weit weg. Du mit deinem Brett bist viel zu langsam. Mein Charge-Bot ist bald leer. Okay, auf jeden Fall. Perfekt. Äh, Charge-Bot. Stopp. Okay. Okay. So. Vier Zahnräder. Oh, ich muss noch zwei tragen. Okay. Und die zwei. Und... ...die Bretter, vier Fehler. Hier auch. Dann... Ganz viel fehle. Oh, jetzt wollte ich gar nicht... Äh... ...und Bretters. Jupp, 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 jupp. So. Siedlersamenspender, fertiggestellt. Jawohl. Hier ist eine Kapsel Siedlersamen. Dankeschön. Können wir da mal kurz einen rausholen. Hier schnappen wir uns Bretter. Und dann... ...drücken wir jetzt in den Kasten. Dann schnappen wir uns diesen nüßigen Siedlersamen. Packen den hier rein. Und dann möchte dieser Siedlersamen was zu essen haben. Und das machen wir, indem wir uns ein Stückchen schnappen. Den Bot aufladen. Den Charge-Bot. Und dann auf diesen Büschen hier rumballern. Oder an Apfelbäumen rütteln. Aber da braucht man einen Hammer. Oder sonstiges Essen sammeln. So. Wir schnappen uns die Beeren. Und packen die Hintrichter. Wir brauchen unterwegs fünf Beeren dafür. Deswegen können wir nur losrennen. Eins, zwei, drei, vier. Und Nummer fünf. Hui. Die werden klein gemanscht. Und dann bekommen wir... Hurra! Du hast neues Leben in die Welt gebracht. Siedler schenken, die ihre Gunst, wenn du ihnen Nahrung gibst. Hey! Die Siedler-Evolution. Uhu! Level eins Nahrung gibt uns eine Gunst. Genau. Eine ganz weit oben. Und gibt dann, glaube ich, 10.000 Gunst. Irgendwie so. Eine Gunst. Zehn Gunst. Hundert Gunst. Tausend Gunst. Ne, ich weiß auch nicht. Mir ist auch egal. Also. Ja, ja, ganz toll. Okay. Der Siedler. Setzen wir mal hier hin. So, das kleine, nackige Kindchen. Bekommt jetzt von uns ein bisschen Beeren. Wir können nachher irgendwo ein Busch hier rumfliegen. Da. Busche. Es regnet. Dann geben wir dem kleinen Mann ein, oder einem kleinen Menschlein, eine Beere. Setz dich auf den Kopf und muss ein bisschen verdauen, diese Liebe. Und dann. Und dann und dann. Kackt der uns ein Herzchen aus. Eine kleine Siedlergunst. Ja. Erstmal müssen wir das ganze Ding hier zu Ende bestellen. Zwei Stämme. Ach, ich kann nur einen eintragen. Stimmt, ja. Äh, Stämme. Acht Bretter, acht Pfähle, zwei Steine. Hier liegt noch ein Stein rum. So, ich zeige mal da noch einen Stein. Ähm, acht Bretter, acht Pfähle. So, das Jobteam darf jetzt gerne mal wieder funktionieren. Äh. So, denn hier ist wieder voll und da ist wieder leer. Das heißt, hier können wir, ne? Acht Stöckchen. Und auf den Serienhaufen drauf gehüpft. Und gleich ist fertig. Derweil. Können wir wieder füttern. Forschung abgeschlossen. Genau. Du bist bereit für eine aufregende wissenschaftliche Entdeckungsreise. Absolut. So. Alle verwirklichen Forschungen werden hier zusammengefasst. Klicke auf einen Eintrag, um zu sehen, was zur Erforschung gelünft wird und wie viel alle damit verbundenen und freigeschaltenden Technologien. Und? Und so wie? Oh Gott. Okay. Sämtliche Double-1-Technologien. Okay, wir fangen an am besten mit den Werkzeugen, denn wir brauchen den Hammer. Das ist das Ding hier. So. Genau. Und zwar brauchen wir dafür, für das Ding Forschungstechnisch brauchen wir einen Stein. Dann holen wir uns einen Stein. Wir öffnen zuerst den Stein hier rein, damit er weiß, worum es geht. Das ist kein Stein, würde mich forschen. Du sollst. Entschuldigung. Stein. Der wird hier reingebauten. Ah. Das ist gebildet. Hier reingebauten. So. Und dann können wir die Siedlergunst da reinwerfen. Und alle sind glücklich. Zack. So. Wollen wir wieder Roboter dafür, die das für uns erledigen. Zuallererst brauchen wir aber... Habe ich schon... Kann ich? Kann ich hier einfach buddeln? Oh, wir haben keine Werkzeuge mehr. Ups. Werkzeuge. Na gut. Ich brauche... Ich brauche Schaufeln zuerst. So. Ach Gott. Walsch rum. Wieder geklickt. Schon wieder geklickt. Links, rechts. Uff. Du musst geladen werden. Wie immer blicken hier. Eine ablegen. Und dann bauen wir hier unten mal ein Bärenfeld. Kann ich das? Halt. Erst kommst du auf Seite. So, budddel, budddel, budddel. Bestochener Torf. Okay. Dann können wir nämlich aus diesem... Weil natürlich kann man die Bären nur auf dieses braunen Zeugs anpflanzen. Deswegen müssen wir ganz kurz hier ein bisschen was freischaufeln. Ah ja, kurz selbst, weil das ist nicht so schlimm. Tipp, 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 tipp. Genau, vor allem hier. Die zwei Reihen sollten erstmal reichen zum Bewirtschaften unserer Siedler. So. Was ist denn für eine Kiste? Wäre nicht schlecht eigentlich. Wollen wir hier gleich eine Kiste hin für das Turf-Zeugs. Weil ich glaube nämlich, das brauchen wir noch für irgendwas anderes. Aber ich weiß gerade nicht was. Ja. Schauen wir mal eine Kiste hin. Das sind zwei Kisten. Eine Turf-Kiste. Eine... Bärenkiste. Ja. Was ist da noch? Muss ich den ganz kurz einmal aufladen? Bärenkiste. Ah ne. Erstmal hier. Sorry. Auf Seite räumen. Gimmi, gimmi. Gimmi, gimmi. Danke. Dann das kannst du reinwerfen. Und dann das mal ablegen. Dann können wir mehr Bären ansammeln. So, äh, anpflanzen. So, dafür. Dann bleiben wir auch noch ganz kurz bei Hand. Erst noch. So, die Schaufel. Löchlein buddeln. Drei Stück reichen erstmal. Wir haben jetzt nur drei Bären hier. Will ich hier vielleicht einen kurzen Bot für abstellen. Vielleicht den einen Buddle-Bot. Der anscheinend nichts zu tun hat. Der Bot. Buddle-Bot. Hat keine Dingens. Zweite Buddle-Bot. Du bekommst kurz... Achso, das ist noch... Deswegen hast du nicht gearbeitet. Okay. Ist das jetzt so gewesen? Zack. Und... Go! So, meanwhile... Äh, nein. Stopp, stopp, stopp. Aufhören. Danke. Das wollte ich machen. Achso, mein Schock ist kaputt. Stock kaputt. Neuer Stock. Stock, stock, stock. Das ist Stock. Wieder sofort. Moment. Mr. Bud. Wehren sammeln. Wehren Boden stopfen. Aufklopfen. Fertig. Okay, Mr. Buddle-Bot, sie sind irgendwie ein bisschen... Stopp. Andere Fläche zuweisen. Bitteschön. Bitteschön. Okay. Ähm. Schaufel. Muss irgendwie doch mal das selbst bauen. Naja. Ich glaube, so eng können die auch gar nicht buddeln. Und diese Abstände hier sind, glaube ich, auch... Irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber hier können wir ruhig... Selbst wenn sie da nicht durchlaufen könnten. Zwei Reihen reicht jetzt mal. Am Bären für die Dorfbewohner. Und den einen kleinen Dorfbewohner, den wir gerade haben. Und dann brauchen wir mehr Roboter. Für mehr Aufgaben. So. Kurz mehr Bären besorgen auf jeden Fall. Die Schaufel sollte jetzt eh durch sein. Korrekt. Perfekt. Dann mal eben ein paar... Ja, die Sachen entdeckt. Ein paar Bärenbüsche verprüben. Und sind auch schon gleich die ersten Reif. Perfekt. Hoppala. So, dort... Halt, stoppen wir nicht. Wohl. Den kann ich nicht wegpacken. Doch, kann ich wohl. Dann stampfen wir die im Boden. Habe ich jetzt das Ding da reinge... Ja, ich glaube schon. Ich hoffe. Ja doch, gut. Gewachsen. Puh. So, das da rein. Dann... Stöckchen raus. Bush verprügeln. Und dann Roboter bauen. So, kann ich das abkürzen? Ja. Sehr schön. Okay. Robotär. Robotär, dich aufladen. Dich aufladen. Du bist noch voll, ne? Halbwegs, ja. Dich aufladen. Und dann... Blöckchen. Und... Entstanden. Man kann es mehr Stöckchen kurz bereiten, sonst haben wir welchen Problem. Und ich brauche mehr Doktorwohner. Sehr, ganz gut. So, du bist... Der... Wären... 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 Sammler... Boot. Blöck. Du nimmst dir... Ach, halt, wir füllen die Kiste dafür. Die Kiste. Ähm... Zwei, drei... Zack, zack, zack. Stöckchen... Wohl halt, eigentlich können wir... Ähm... Du... Aufnehmen. Stöckchen nehmen. Bis Hände voll. Bis Hände voll. Bis Hände leer. Wie immer. Jetzt bist... ähm... Bären-Schläger-Bot. Okay. Den Halt-Stopp-Bereich. Das festlegen. Okay. Okay. Ähm. Naja, ist aber egal. So, du kannst das hier ablegen. Wir brauchen nämlich jetzt den nächsten Bot, den Bären-Sammler-Bot. Und dann den Gunst-Sammler-Bot. Zup, zup, zup. Stämmchen. Du. Und der... Das Bot-Team können wir ganz kurz... ...stoppen. Okay? Okay. So, du bist... ...der... ...der echte Bären-Sammler-Bot. Mhm. Du nimmst Bäre. Du bist Hände voll. Und dann... ...tust du die da rein. Bis die Hände leer sind. Und das machst du für immer. Und dann sind alle glücklich. Und wir machen den Bereich... ...sehr viel größer. Sonst könnte es Probleme geben. Okay? Okay. Dann brauchen wir noch einen Bären... ...äh, einen, einen, einen... ...Roboter. Ah ne, shit. Ah, Nüsschen. Nüsschen, 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 Nüsschen. Haben wir noch Nüsschen? Nüsschen. Mehr Nüsschen. Nüsschen. Ja. So, und ein Stämmchen. Hier fehlen dringend wieder Werkzeuge. Ja, erstmal brauchen wir den Gunst-Bot. Keines überhaupt? Wir gucken mal ganz kurz. Das Gunst-Bot, er nimmt. So. Wehre nehmen. Wehre geben. Sonst nehmen. Sonst da reintun. Immer wiederholen. So. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, dann hätten wir das schon mal geschafft. So, jetzt brauchen wir langsam mal so ein Tool-Bot. Ähm, du bist nicht geladen. Warum nicht? Wo ist mein Charge-Bot? Lade-Bot? Falscher Bereich, oder? Ja. Ist das der Bereich? Ich glaube schon, oder? Äh. Ich glaube, der ist es. Ist es der? Oder das? Ja, nein, da. Ja, ja, ja. Ja, okay. Okay. Äh, yes, yes, yes. Mehr U-Bot hier. Verdammt. Eins, zwei, drei. Dann kann man einfach mehr. Warum wirklich dringend wieder neues Holz? Deswegen müssen wir langsam mal neue Werkzeuge herstellen. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt hin. Oh nein, er hat ja mehr als einen Stock dabei. Ups. Hm. Ist das eine gute Idee, war? Stopp. Er hat noch einen Stock dabei, oder? Eigentlich. Bis. Hm. Einmal. Und dann, wenn die Hände leer sind? Also, ich glaube, so ist es besser. Alter, du hast auch schon einen Stock, du Nuss. Na gut. Und dass ich halt damit die Hände leer, ist okay. Du weißt nicht, wohin, weil das Ding... Achso, du hast zu wenig. Deswegen. Alles gut. Warum räumst du hier nicht richtig auf? Und Ort Siedler. Da geht doch egal. Erstmal. So. Wechsel hin, ne? Ja, gut. Okay, so. Holz, Sammlerleute. Ich brauche mehr Äxte und mehr Schaufeln. Äxte ein. Bot. 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 Der... ...Axt. Macher. Bot. Bot, nicht Nord. Du nimmst... ...Eins Stein. Richtig. Halt. Warten. Ne, jetzt nehme ich mich richtig. Ähm, okay. Moment, halt. ...Axt, da geschehen. Sparten. Da hin. Axt, Macher, Bot. Aufnahme. Stein. Da hin. Stopp. Da hin. Machen. Und zwar bis... ...ähm... ...eventar voll ist. Kann ich nicht. Bis... ...bis hinten voll ist. ...voll ist... ...das da. Okay. Okay, dann brauche ich noch einen zweiten. Wow. Nice. Das haben wir geschafft. Wir haben ein Hämmerchen... ...aus zum Angeln und eine Klinge. So. Ja, ja. Axt bleibt Axt. Ähm... ...du, mein Freund, wirst der Axt-Sammler-Bot. Axt-Sammler-Bot. Meine Aufgabe ist es, diese Axt zu nehmen. Und die hier reinzulegen. Und das war's schon. Dankeschön. 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 Jetzt wird's Zeit für den Charge-Bot, der uns hier dieses Gebiet auf jeden Fall hat chargt. Das wäre eine ganz nette Idee. Zwei Stöckchen. Äh... ...eine Tasse. Jetzt werde ich einen Hammer bauen. Äh... ...du brauchst zwei Stöckchen und zwei Stämmchen. Gut. Zwei Stämmchen. So. So. Dann wird wieder fleißig abgeräumt. Sehr gut, sehr gut. So. Ja, ganz toll. Hammer. Ich brauch erstmal einen Hammer. Ein Stamm, ein Pfarr. Ganz schön teuer. Ja. 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 So. Dann brauch ich jemanden mal, der hier den Botter wieder auflädt. Dann werden wir halt keine Stöckchen mehr. Das ist ziemlich uncool. So. Hämmerchen. Also. Oho. Ich muss einen Heiligen Stock dafür nehmen. Das ist doof. Okay. Äh... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na gut. Erstmal ein paar Stöckchen wieder. Äh. Ähm. Fehle. Mein Gott. Da braucht hier jemanden Ladung. Ich glaub, das steht an einem blöden Ort. Ganz kurz guck mal, ob wir die zwei Bereiche hier abgedingst rumkriegen. Aha. Den Stamm nur. Auf damit. Gut. So. Der Ladebot geht bis hier 1, 2 vor Ende. Okay. Dann brauch ich jetzt den nächsten Ladebot. Lade. Bot. 0, 2. Laden. Immer wiederholen. Bereich. Das ist nur der Bereich. So. Go. Wenn hier unten die beiden auch gechargt. Wahrscheinlich sehr oft. Vielleicht. Was ist dein Problem? Achso. Eine neue Forschung. Eine neue Forschung. Eine Forschung? Mhm. So. Die Frage ist. Gehen wir jetzt direkt auf Rezepte? Oder erstmal... Ackerwerkzeuge. Oder einfache Verbesserungen. Ich glaube, ich würde einfache Verb... Schüttgut. Eimer. Eimer, Flüssigkeit und Schüttgut. Rucksackverbesserungen. Gute Werkbank. Kleines Silo. Um zulässig Stauraum zu halten. Stauraum kann ich benutzen, wenn man den Bau ist. Was? Ein Eimer. Silo. Mh. Will ich direkt... Einfache Verbesserungen werden schon? Echt gut, ne? Äh. Grafwerkzeuge aber eigentlich auch. Ich glaube, ich würde erstmal die Robotertechnik nehmen, damit ich bessere Roboter bauen kann. Oh ja. Verbesserung für die Roboter wäre... Mega. Dann machen wir das. Dafür brauchen wir einen Baumsamen. Einfache Verbesserungen. Habe ich noch einen hier rumfliegen? Da ist ein bisschen... Gunst. Perfekt. So. Die sind versorgt. Die sind versorgt. Ähm. Was ist mit dem Ei? Das Ei kann ich so verfüttern. Das ist eine Gunst. Du bist so gut wie voll. Das heißt, ich muss mal ganz kurz, glaube ich, ein zweites davon bauen. Eins. Zwei. Zwei. Vier. So. Das hätten wir. Stöckchen. Wir brauchen mehr Stöckchen. 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 Okay. Stöckchen. Stöckchen-Bot. Ja. Ja. Falsche Taste. Okay. Eins. So. Drei. Baumstamm. Nüßchen sammeln. Warte. Jetzt bitte viele Nüßchen. Warte. Das wird jetzt der Stöckchen-Botter, der zweite. Der bekommt von mir einen Hammer in die Hand. Machen wir ein zweites Stöckchen. Der mit. Warte mal. Wohl. Gut. So. Laden. Jo. Stöckchen-Bot. Ne. Das ist der Hammer-Bot. Hammer-Stock-Bot. Nimmst den Hammer. Sorry. Zum nächsten Baum. Ebenstand verwenden. Wiederholen. Okay. Okay. Nix hin, ne. Habe ich gerade den Stöckchen geben? Hallo? Wo ist die da? Bitteschön. Dann brauche ich noch ein... Butterlein. Stock und Stamm und... Tom, 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 Tom. Ähm, so du. Du wirst der... Ähm, Mist. Nüsschen. Nüsschen. Oh Gott, weil wir müssen nämlich Nüsschen auch irgendwie loswerden. Du nimmst Nüsschen. Bisschen. Hände voll. Halt. Du machst erstmal Pause, weil ich nämlich ganz kurz noch einen Lager verbauen muss. So, das Nüsschenlager. Äh, ja. Und so, drei, vier. Stücklein hacken. Ja, Moment, da hinten. Oh Gott, das ist zu schnell für mich. Äh, da. Höpp, höpp, höpp. Bisschen. So, du. So, du. Bis Hände voll sind, dann... Tust du die hier rein? Bis Hände leer sind. Für immer. Danke. Okay. So, Stöckchen-Bot. Äh, Stein-Team, ja. Chop-Chop-Team. Chop-Chop-Team ist auch der Axt-Macher. Und der Axt-Sammler-Bot. Ähm, das Dorf-Team. Noch ein Dorf-Team. Dorf-Team. Rot-Wie-Di-Gunst. So, dann nehmen wir einmal... Nee, ganz kurz das Verschiebe. Mal das Verschiebe. Ach so, sortieren. Ähm. So, was hat das jetzt? Gunst-Bot. Bären-Schläger-Bot. Bären-Sammler-Bot. Kammer-Schluck-Bot. Mission-Bot sind die oben. Stöckchen-Bot. Ist der für... Chop-Chop-Team. Jaja. So, die Bot 2 ist... Raumförder-Team. Lade-Bot. Okay. So, damit kann ich jetzt mal leben. Gut. Der... Stöckchen-Bot. Wo bist du? Stöckchen-Bot. Und jetzt? Hier hin. Ja. So. Okay. So. Ah, der Hammer schon kaputt. Na, großartig. Und ein Pfahl. Na, großartig. Auch noch ein Pfahl-Bot mal langsam. So. Dann zwei Pfähle. Einfach hier. Einfach hier. Eins, zwei, drei. Äh, da. Du bekommst neues Hämmerchen. Okay, 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 viel ist hier drin. Nicht mehr viel. Gut, aber das ist gleich eh voll. Ein Stamm. Ein Nüsschen. So. Die Bretter-Bots dürfen wieder aktiv werden. Äh, Brettsammler-Bot. Go. Holzhack-Bot. Ja. Oh, stimmt. Ich kann ihm eigentlich sagen. Den Holzhack-Bot. Äh, stopp. Machen. Bis. Fragezeichen voll. Fragezeichen ist. Das da. Danke. Tschüss. Okay. Prima. Dann brauche ich noch dich. Du wirst der ähm Pfahl-Bot. Oh Gott, wir haben schon wieder mega viel Zeit verschwendet. Äh, umgebracht. Sag ich mal. Ein davon. Ein davon. Machen. Machen. Das voll. So, aber stopp. Weil wir nämlich noch einen zweiten brauchen, der das Ganze einsammelt. Charge-Bot. Wir haben Start. Nüsschen. Röckchen. Röckchen. So. Okay. Go. Danke. Pfahl-S... Sammler Bot Go Eins, zwei Eins, zwei Wiederholen Go Okay Das hätten wir, ich würde sagen, sind wir in der nächsten Folge wieder Bis dahin Und tschüss Meine Botter-Armee Oh yeah Bis dahin